Er war die ganz große Überraschung beim Hashtag Race Home Auftakt vor einer Woche. Alexis Chambon, Sieger in Spahn. Alexis Chambon ist ein französischer Infografiker, der sich über den Audi Design Contest für das Rennen qualifiziert hat. Jede Woche ist die Fangemeinde aufgefordert, besonders coole Designs im Zusammenhang mit Hashtag Race Home, Hashtag Stay Home und Hashtag Audi Together zu gestalten. Jeweils montags entscheiden die sechs Audi DTM-Piloten, wer den Startplatz beim Rennen am nächsten Tag bekommt. Über die Hashtag Race Home Website wird ein weiterer Startplatz versteigert. Last but not least setzt das WRT-Team einen weiteren e-tron für wechselnde Gastfahrer ein. Heute für Sandy Stuvik, 2019 GT3-Champion in Thailand, in der realen Welt. Heute für Sandy SB5-Adresse. Untertitelung des ZDF, 2020